Es herrscht Krieg in Europa. Haben Sie, werter Zuschauer, auch so ein mulmiges Gefühl? Wenn Sie daran denken, welche tiefgreifende Menschenrechtsverletzung gerade vor unserer eigenen Haustür passiert? Die Menschen trauen sich nicht mehr ohne weiteres auf die Straße. Sie verstecken sich, wagen es kaum noch ihr Gesicht in der Öffentlichkeit zu zeigen. Wer einst der eigene Nachbar, der Freund, der Bruder war, steht nun auf der anderen Seite in einem Konflikt, der alles verändert. Die Menschen, die eigentlich nur im Frieden leben, ihrem Tagewerk nachgehen und niemanden verletzen wollten, zwingt man mit aller zur Verfügung stehenden Gewalt in diesen Konflikt hinein, ob sie es wollen oder nicht. Und jetzt tut man auch noch so, als gäbe es das gar nicht mehr. Stattdessen hat man das Gefühl, die Journalie und die Politik seien in das Jahr 2014 zurückgereist und man berichtet wieder aus allen Kanälen über die Ukraine, Russland und Putin. Aber wenigstens mischt jetzt die russische Abteilung von Fridays for Future mit und verurteilt ihre böse Regierung. Immerhin etwas. Es ist fast so, als wollte man ein Thema fallen lassen und sich mit aller Gewalt auf ein anderes stürzen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Es ist schon bezeichnend, wie plötzlich sowohl in der ausgestrahlten Öffentlichkeit als auch in vielen privaten Gesprächen die anhaltenden Foltermaßnahmen, die geplanten Zwangsmedikamentierungen und die offensichtlich groß angelegte Wohlstandsvernichtung keine Rolle mehr spielen. Nein, jetzt geht es um den Krieg. Also um den anderen. Nicht den Krieg, den man uns seit Jahren aufzwingt, sondern den, den man im Fernsehen zeigen kann. Mehr oder weniger. Aber sei es drum. Und zu allem Überfluss scheint auch ein großer Teil des alternativen Lagers sich mit aller Gewalt darauf zu stürzen. Fühlen sie sich jetzt angesprochen? Das müssen sie nicht. Sollten sie sich allerdings trotzdem angesprochen fühlen, dann sind sie, werter Zuschauer, auch gemeint. Nein, ich will hier nicht kleinreden, dass es bewaffnete Konflikte gibt. Ich will auch nicht sagen, sie seien unwichtig, hätten keinen Einfluss auf uns oder sollten uns nicht interessieren. Die Frage ist jedoch, sind sie das, was sie scheinen? Inzwischen ist man ja ein bisschen paranoid geworden. Darum nehmen wir doch lieber mal ein Buch aus dem Schrank. So, wahllos eines gegriffen. Um, 36 Strategieme, na gut. Klingt jetzt nicht nach der besten Ablenkung, aber egal. Schlagen wir einfach mal wahllos eine Seite auf und lesen, Zitat, Wey belagern, um Zau zu retten. Zitat Ende. Na gut, anscheinend sollen wir doch beim Thema bleiben. Die Geschichte dahinter ist ganz einfach. Die Stadt Zau wurde von Truppen aus Wey belagert und ihre Verbündeten haben, statt die Truppen von Zau zu verstärken, einfach die Stadt Wey selbst belagert, damit diese ihre Truppen abziehen musste. Mit anderen Worten, man hat den Schwachpunkt des Gegners gefunden, diesen angegriffen und damit dafür gesorgt, dass er alle Ressourcen abziehen muss, auch dort, wo er langsam die Oberhand gewann. Wem jetzt irgendwie eine Parallele zu unserer Zeit auffällt, der ist Verschwörungstheoretiker und Zusammenhänge, wo gar keine bestehen können. Wir haben also seit mindestens zwei Jahren einen sehr offen ausgetragenen Konflikt zwischen dem Volk und anderen Teilen des Volkes gemeinsam mit den Regierungen und dem gesamten Propagandaapparat. Viele Menschen sind eingeknickt, haben sich scheibchenweise die Salami präsentieren lassen, ihre Maske getragen, Kontakte minimiert, von zu Hause ausgearbeitet, ihre Kinder nicht in die Schule geschickt, ihre positiv getesteten Kinder zwei Wochen lang im Zimmer eingesperrt, nicht mit ihnen geredet und ihnen nur das Essen reingestellt, während sie auf der anderen Seite des Zimmers mit einer Feinstaubmaske im Gesicht warten mussten. Ihnen erzählt, dass sie am Tod der Oma schuld sind, sich eine Spritze geben lassen, sich selbst zu Hause eingesperrt, sich eine zweite Spritze geben lassen, sich über Impfkritiker lustig gemacht, sich eine dritte Spritze geben lassen und sind nun auf eine vierte Spritze vorbereitet. Andere halten aus und sind damit zum Feind der Gesellschaft erklärt worden. Seit einigen Wochen gehen sie wöchentlich auf die Straße und auch aus verschiedenen anderen Bereichen vergrößert sich die Opposition. Nicht zuletzt hinterfragen auch immer mehr Ärzte, was hier passiert. Und wer hätte das gedacht? Diejenigen, die am Ende zahlen müssen, nämlich die Versicherung, stellen nun offen die Frage, was denn hier eigentlich los ist. Oder anders, es fängt an ungemütlich zu werden und man müsste Antworten liefern. Nicht zuletzt auch auf die Frage, warum so ziemlich alle anderen Ländern alle Maßnahmen beenden, wir aber trotzdem daran festhalten sollen. Und jetzt, als es gerade anfängt ungemütlich zu werden, da kommt der Retter. Er erscheint im Sonnenaufgang, vom Lichte umstrahlt, umstrahlt, Oberkörper frei auf einem Bären reitend. Putin. Volker Pispes hatte mal einen schönen Ausdruck für dieses Phänomen, allerdings bezogen auf Saddam Hussein. Zitat, ein Arschloch im Wandschrank. Zitat Ende. Wenn es zu Hause mal nicht so läuft, holt man ihn vor, drischt ein bisschen darauf ein und dann hat man in der Öffentlichkeit alle anderen Probleme schnell wieder vergessen. Und jetzt das Schlimme. Es funktioniert. Damit sei nicht gesagt, der Krieg in der Ukraine sei auf die eine oder andere Weise zu werten. Genauso wenig sei gesagt, dass er diese oder jene Hintergründe habe. Es sei auch nicht behauptet, man habe den Krieg jetzt speziell dafür vom Zaun gebrochen. Oder anders, es ist für den Gegenstand dieses Beitrages egal, ob der Krieg überhaupt stattfindet. Es könnte sich genauso gut um einen Zeichentrickfilm handeln, in dem der Krieg lediglich als Kissenschlag zwischen Putin und Zelensky dargestellt wird. Die beabsichtigte Wirkung ist relevant. Und diese wird zweifelsohne erzielt. Kaum hat sich der Konflikt aufgeheizt, ist das Maßnahmenthema vom Tisch. Also nicht wirklich. Wie bei einer Fußball-WM wird man sich doch bestimmt nicht entgehen lassen, während der besonders spannenden Momente die wichtigen Gesetze durchzuwinken. Aber wenn man jetzt mit aller Gewalt die Öffentlichkeit fokussiert und das andere Thema gar nicht mehr erwähnt, also Zau völlig außer Acht lässt und alles auf Weh lenkt, dann kommt man vielleicht nochmal aus der Schlinge heraus, ohne den Kopf auf der anderen Seite zu verlieren. Nett. Und dabei wird natürlich mal wieder ordentlich gespalten. Gerade auch im Alternativenlager und in dem der Maßnahmengegner. Die einen stehen hinter der NATO und der Ukraine. Die anderen sind Putin-Freunde. Oder Putin-Versteher. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welches der aktuelle Ausdruck ist. Und dabei ist das eine unheimliche Nebensächlichkeit. Sind wir doch mal ehrlich. Kann man sich mit einem fremden Land mit eigenen Interessen wirklich gemein machen? Schon? Irgendwie? Ohne Selbstaufgabe? Schwierig, aber machbar, wenn dadurch die eigenen Interessen gewahrt werden. Aber Moment, sind unsere Interessen denn unsere eigenen? Darüber sollte man mal nachdenken, wenn man sich auf die ukrainische, von der NATO und unserem Maßnahmenregime gestützte Seite schlägt. Und sind die russischen Interessen die unseren? Ist Putin der Retter Deutschlands? Will er uns befreien und dann, nachdem er Mühe und Ressourcen darauf verwendet hat, uns einfach gehen lassen? Das gab es in der Geschichte bestimmt schon oft. Kommen wir also zum Appell dieses Beitrages. Lassen Sie, werter Zuschauer, sich nicht von einer Nebelkerze blenden. Der Krieg dort im Osten ist nicht irrelevant. Aber wir haben hier einen Krieg vor der eigenen Haustür und nun versucht man, jenen im Osten dafür zu nutzen, unsere Front hier zu spalten. Das darf nicht gelingen. Aber ich werde wohl kaum der Einzige sein, dem das aufgefallen ist und der jetzt darauf hinweist. Die Maßnahmen bestehen weiter, die neue Normalität ist prävalent. Und selbst wenn das nicht so wäre, so wäre lediglich ein Kriegsschauplatz nicht mehr aktiv, aber der Konflikt noch lange nicht beigelegt. Davon abzulenken ist das Ziel dieses sehr offensichtlichen Manövers. Und im Übrigen halte ich das andauernde Versagen von Politik und Medien auf ganzer Linie für offensichtlich.